Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja. Meine Herren, was kann ich tun, damit Ihnen die Zeit nicht so lang dauert? Darf ich um etwas Aufmerksamkeit bitten? Sind alle da? Heißt ja Godot. Glaube. So, so. Du hast doch gesagt, dass wir gestern Abend hier waren. Was möchten Sie lieber? Soll er singen, soll er tanzen, soll er denken? Was machen wir hier? Das muss man sich fragen. Also ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber Sie können sicher sein, dass kein wahres Wort daran war. An dieser Stelle und in diesem Augenblick sind wir die Menschheit. Ob es uns passt oder nicht. Wir können doch auseinander gehen, wenn du meinst, dass es besser wäre. Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Nein, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Was ist unsere Rolle dabei? Unsere Rolle? Sie haben mir gar nichts gesagt. Ich bin glücklich. Ich auch. Ich auch. Wir sind glücklich. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Gehen Sie mal so weg! Wie fanden Sie mich, meine Herren? Gut? Nicht besonders? Sehr, sehr gut. Und Sie, mein Herr? Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. So ist die Zeit vergangen. Sie wäre sowieso vergangen. Aber langsamer. Was sollen wir jetzt machen? Warten. Ja, aber beim Warten. Wir warten auf Godot. Sag ja. Ja. Vielen Dank.